Hallo und herzlich willkommen liebe Leute, wir zelpern nicht lange, machen hier eine Aufnahme nach der anderen für euch, diesmal mit einem schweren Boss. So sagte es uns Philipp. Philipp, das Mitglied von TTT, Toxic Troll Team mit Miriam Gordon und ja, Philipp, was sagt denn dieser schwere Boss? Der schwere Boss sagt, es ist ein seismischer Gast vorhanden. Oh shit. Na dann, auszählen. Und ich glaube, ich werde mir aber wieder meinen heißgeliebten Dave schnappen. Oh Gott, wenn ich jetzt aber, sollen wir nicht, ja, wir können es nur mal versuchen, so. Aber naja gut, probieren wir es mal. Und ich hier auch. Ich meine, ich habe eine 600er Rakete, ne, wenn die nicht trifft, dann ist aber auch Polen offen, ja. Alles gut? Ich gucke mir hier gerade die... Ich glaube, die sind super geil. Was? Ja, ich gebe dir noch ein paar Sekunden, klar. Aber die Zuschauer wollen epische Fights. Na dann los. Das hört sich an wie bei Alligator. Die eine Line von willst du, willst du mit mir Drogen nehmen? Denn hier, die Zuschauer, ne, 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 epische Fights, denn rauchen wir Babys. Ach komm, scheiß drauf. Jo, tschau, Kakao. Schön, ich bin schon mal tot. Oh, ja. Alter. Alter, Hilfe. Komm noch zu mir. Okay. Oh, ich werde vergiftet. Ich werde chillen, Jungs. Gut, chillen, Alter, kommt da ein Vieh hoch. Oh, Granatenschill. Granatennvieh. Hier kann die Tür zu gehen. Ja, Tür geht zu. Wir werden uns denn getrappt. Hier, hier, hier unten. Ja, ja, ja. Oh, shit. Bist du noch am Leben? Oh, nein. Alter, was? Nein, 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 nein. Links klick, Schilde. Wow, ey. Ah, unten, unten, unter dir ist eine Heelbox. Ah, fuck. Nein. Jetzt. Hau doch mal ab. Kiten. Aua. Kiten. Du musst das leider ohne mich machen, ne? Ja, ehrlich. Kiten. Bitte fliegt da rein. Ja, 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 ja. Oh, lol, was? Bist du da? Bist du... Oh, nochmal. Was? Ey, Philipp, das ist mega scheiße. Was? Kann man hier unten machen? Okay, ist nur in der Box. Ey, wir müssen... Ich glaube, das ist echt ein falsches Setting, was wir jetzt hier haben. Zwerfankämpfer. Wir müssen vielleicht auch zusammenstehen. Ja, ja, ja. Hier ist ein Zombie, der kann nicht näher ran. Okay, lass mal hier so vielleicht stehen bleiben. Ich gebe uns ein Schild. Oh, okay. Okay, ja, jetzt war's einfach. Okay. Äh, hier unten ist ein Motto... Alter! Da ist was richtig Dickes. Pass auf, das ist so ein fett, ein G. Ich hab ein... Äh, warte mal. Und... Schau. Okay, der hat richtig viel Leben. Ich hab Schilde für uns. Alles klar. Oh. Pass auf, da ist wieder ein Zombie. Boooom. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich kann die mal abhauen, die Fledermaus, danke. Ich bin tot. Oh, du kommst wieder. Ja, wir haben nur noch sechs Leben. Au. Philipp, 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 Monster. Bist du, bist du raus? Bist du raus? Alter, viel, viel schneller als ich. Wir haben noch vier Leben. Nein. Wow, bringt ihn doch nicht zu uns, Dreck. Das nennt man Spawncampen. Was ist da los bei denen? Okay, okay, okay. Ach, man wird auch verlangsamt, deswegen. Die hatten so einen Schockdraht oder sowas. Ich freu mich schon auf den Bosskampf, ey. Wir werden schwitzen und Wasser heulen, ey. Uhuuhu. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wo bist denn du? Bist da, okay. Okay, okay, ich hab, ich hab, glaub ich, alles gecleared hier. Ich warte auf dich. Ich glaub, das ist zurück, oder? Nee, nee, nee. Guck, hier. Checkpoint. Nee, 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 kann nicht zurück sein. Ja, 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 hier. Dicke Rakete kommt, äh, anlacken. Weiter geht's, oh. Ja, ja. Hinter uns. Ja. Gut. Wow. Ah, das kippe ich durch den Endkampfraum, ne? Nee, hier rechts geht weiter. Wow, da kommt irgendwas geflogen. Jo, 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 pass auf, vergiftet. Ich krieg grad richtig viel Schaden rein. Ich bin tot. Komme wieder. Jawoll. Wir haben noch zwei Leben. Achtung, dicke Granate. Vergiftet und macht Schaden. Wie viel Schaden der macht? Oh, oh, da kommt was. Hast du die Rakete? Nee, nee, nee. Fünf Sekunden, fünf Sekunden, Cooldown. Weiter zurück. Jetzt, jetzt hab ich sie. Ja, 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 ja. Hat sie gefressen. Okay. Voll. So langsam wird's echt herausfordernd. Dicke Rakete. Oh, 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 oh. Okay, sehr gut. Okay, sieht sehr nach Endboss aus. Ja, 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 ja. Ich bin tot. Ich bin sofort gestorben. Wir haben nur noch ein Leben. Pass auf, der lädt sich so auf und dann... Oh Gott, du musst das alleine machen, ne? Ja, Philipp, viel Spaß. Ich hab 340 Schaden plus 120 Instants bekommen. Der macht 460 Schaden mit einem Schlag. Ja, okay. Oh Mann. Du machst das schon. Ey. Da drin bin ich reingegangen. Da bin ich sofort gestorben. Komm schon, du schaffst das easy. Über die ganzen, ganz, ganz nördlich, ganz weit oben ist ein Heilbox, hab ich gerade gesehen. Ja, wenn ich da nochmal hinkomme. Jetzt hoch, jetzt links, da. Huh. Wo ist der denn jetzt? Runden rechts. Da, ein Zehntel Leben hast du schon abgezogen. Wirtschaft. Ja, wo steht das denn? Aber du siehst ja doch an der Helfenbar, die da drüber ist. Wir haben eine Party heute Nacht. Du möchtest schnell gehen. Ja, toll. Hast du gehört, was der Kommentator gesagt hat? Ne. Wir haben heute Abend noch eine Party. Vielleicht möchtest du dich ja ein bisschen beeilen. Ehrlich? Ja. Du hast noch 11 Minuten 44. Das wird, glaube ich, nix. Oben rechts. Das ist das allererste Mal, dass wir eine Niederlage haben. Ziel ist nicht vernichtet. Okay, Schild might. Nein, dann nochmal, oder wie? Naja, direkt nochmal. Wir können auch mal so ein Rating ausprobieren. Mhm. Würde ich sagen, in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. So. Ja, dann versuchen wir es nochmal. Ja. Tim hat ganz viel in unsere Gruppe gepostet, ne? Ich habe definitiv gefragt, ob ich eine andere Kultur gefragt habe. Okay. Na, du werfst mit dem, was du hast. Was ist los? Spam. Hat er etwas spammt? Ähm. Wow, okay. Jo, wahrscheinlich. Tschau, ey. Alter! Oh! Ich habe ein Leben. Ich bin tot. Also, das wird gerade richtig anspruchsvoll, merke ich. Vielleicht hätte ich auch ein anderes Alchem mitnehmen sollen. Ich habe jetzt wieder nur Damage. Ja, ja, ja. Ich muss beim nächsten Mal nach Möglichkeit was anderes mitnehmen, dass ich mich auch wieder selbst heilen kann. Kennst du das noch? Ja. Ja. Wow. Ja, ich bin tot durch falsche Arme. Hahaha. Wat'n Scheiß. Bin bei dir. Mann ey. Hilt's dir. Hat dir was. Ich weiß. Alter, du bist schon wieder forst tot. Alter. Wer trifft diese blöde Maus so schlecht? Hahaha. Ich bin tot. Pass auf, das ist so eine Elektromaus. Ja. Okay. Ey, wir haben jetzt schon wieder sieben Leben, ne? Nur noch. Gut, da habe ich nochmal Leben. Ich ziehe das an Leben an. Ja. Hält man sich überhaupt? Ja. Wir haben nur noch sieben Leben. Wie soll das möglich sein? Über dir! Ich habe ihn gestunt. Ja, sehr, sehr gut. Okay, cool. Ich sammle Lebenkunst ein. Ach du Scheiße. Machst du es alleine da? Ich habe ein Heilungskit gefunden. эти咎 professoren- Alter dieser blöde Hund! Jagdhund. OK. Ok. wie wir beide nichts mehr sagen weil es so anstrengend wird in den ersten zwei folgen die gegner sind nicht so anspruchsvoll ja 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 ich bin tot wir haben nur noch sechs leben jetzt geht's los 200 schaden okay ich gehe direkt mal ein bisschen laufen ganz schießen nicht und ich nicht so nah ist dann in dir okay ich habe gestern ja das könnte was werden dass das funktioniert ganz gut jetzt musst du wieder auf mich warten was ich glaube dafür diese mission sind wir echt noch nicht gewachsen ja warte mal wir sind wieder in game wer wir noch leben haben und da geht das dann jetzt auch weiter mit dem oder ich habe den nur einmal also du musst ihn irgendwie ja okay okay so jetzt wieder nahkämpfer alles klar hast du es gesehen gleich müsste man die kamera mich verfolgen ja 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 okay ich kann ihn jetzt da haben gestand haben gestand nicht so nah nicht so nah nicht so nah ja 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 guck mal klappt doch ganz gut dreizehn sekunden rüber okay okay ich muss also falls wir es nicht schaffen beim nächsten mal ein anderes park mit reinnehmen dass ich mich wieder selbst heile da oben da brauchen wir noch nicht ich kann dir wie das dann warte mal wenn er mal hierhin kommt wo ist er dann oh ich stund ihn dir ist gestand Okay, Alter Yo, 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 yo Ciao Okay Schild ist wieder da Ich bin tot Vor allem, wir haben eben gerade Ich weiß nicht Du hast ihm ein drittel Leben jetzt abgezogen Kann ich dich verfolgen? Boah, geh ich da nur rein? Ah, jetzt kann ich dich verfolgen Yo Ja, ja, ja Sehr gut gemacht Schön kiten Weißt du, wie bei League of Legends Wie mitten im ADC Immer schön kiten Klicken und in die andere Richtung rennen Alles klar, er trifft mich durch Wände Klar Sonst wäre er ja kein Boss, weißt du Wenn er nicht unverspielt Yo Ich seh den nicht mal in Tippen Ja, den sieht man auch nicht auf dem Minimap, ne? Oh, Niederlage am Fläger Wir brauchen zwei Fernkämpfer Ach, so So, glaube ich Boah, keine Ahnung Aber wenn wir die Taktik arbeiten Würde es dann in der nächsten Folge aus Ja Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute Bis zum nächsten Mal bei OnRaid Und ja, haut rein Ciao 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 Ciao